lauf nicht weg ich werfe jetzt stadt vor die füße die 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 und in die da gott 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 nein verdammte scheiße was jetzt passiert irgendwie hat das spiel gerade geleckt ja und bin kilometer jetzt hier runter gestürzt interessanter finde ich aber perfektes timing habe du hast dann kann ich immer gerade in der pütze was trinken hier irgendwo eine leiter am start oder der gleiche achter stehst du mit deinem tappen interessant ach so das ist ein kollega anscheinend hast du hoffen läuft bei ihr dann können ihn doch wenigstens alter und richtig ihn mit deinen eigenen händen zugrunde okay nämlich mit ddd die video aber das ist da es handelt sogar schon wieder hunger habe ich jetzt auch ich muss mal ganz schnell zum berg glaube ich fliegen apropos da habe ich ja noch ein paar gut bei dir hast du ein bisschen fleisch im kühlschrank hier dritte vielleicht passend darf ja mal einen blick riskieren hier eine bescheidene bude ach so habt ihr auch so ein bisschen hier dorf style am start alter jeder so sein eigenes kämmerchen hat dank dir digga das wollte ich vielleicht für so ein blaues team t-rex ein noch haben falls da überhaupt einer 1 abdrücken könnte blau fehlt mir glaube ich noch in meiner sammlung grün habe ich einen angemalt oder eher gesagt meine perle den unterschied erkennst du natürlich schon schwer wenn du alles übermalst aber sieht schon ganz lustig aus muss ich sagen relativiert natürlich die ganze mutations scheiße ganz klar ist schon ein bisschen dämlich absolut aber naja was machst du gerade die biester füttern digga ach so ok neu was wollte denn dafür haben aqua line ich möchte auf jeden fall was vergeben 1000 poli oder so wenn ich mir das die tage nochmal rein reiche oder so ein kram ok hört sich dufte an je nachdem was mein fabrikator ausspuckt du bist ja echt wieder gnädig mein lieber wenn ich dir vielleicht auch noch den ein oder anderen hunderter mehr mit das sind auch die hübschesten muss ich sagen mit ihrem leichten lila stich ich bin nicht ne wort die introvertrette wow 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 das ei oder was ach so nenne ja alles cool ich war da nur wieder ein bisschen durch deine welt dabei hast die dinger auch hier alles ein metallisiert so ist ein giger noch kein metall unterm arsch gegönnt hat aber die holzoptik bock ich bin ja auch immer schwer fan von gewesen nachdem woog squirtle mich geärgert hatte bin ich dann doch auf nummer sicher gegangen ja recht hast du schon letztendlich könnte man sich auch eigentlich nur mit so einer kriegsallianz samt raketenwerfern terrorisieren hängst schon weit genug über dem boden mittlerweile mit offline raid schutz blablabla blub ist ja sowieso jacke biose das habe ich ja auch erst letztens mitgekriegt was das jetzt nun genau zu heißen hat ich sag mir das ganz gierig ein das hätten sie ohne scheiß ne schon längst mal vor einem halben oder jahr einführen können ey was das an dinos bei mir gesaved hätte verfickte scheiße obwohl der giga der von rook squirtle rein marschiert ist da war ich ja passenderweise online dass ich das massaker noch mit anschauen durfte live aber trotz alledem das ist doch eine code zeile die du da mal gerade umschreibst dass das so funzt wie es jetzt funzt ja mal meine güte so ich bin mal wieder fix zum berg aber gleich mal viel oder so in der party hallo sagen ich lande mit meiner bestie gerade noch auf den berg so 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 ich habe mal gespannt ist mach mal ich komme in der minute nach der ansage bis gleich so geiler scheiß ich glaube die schmuckstücke bin ich jetzt auch erstmal in sicherheit guck mal was ich noch ein bisschen kann doch nicht sein hier muss doch irgendwo noch zement in den schränken rumfliegen wahnsinn echt verkackt oder oben ist das soll ich wenn ich nehme ich mit so aliya löchen aliya löchen ihr süßen hamba hast du das gerade gefragt aqua jetzt hat geklingelt frisch installiert und abgedatet gestern habe ich mal die neuen trackmania dinger gezockt alter wo dein auto und fallschirm aufmacht oder deinen quad sich im wasser jetski verwandelt etc pp wie geil ist denn der scheiß bitte wenn ich nicht noch so zwei drei sachen im rahmen des breeding events jetzt auf der agenda hätte würde ich mich sofort alter mit dir nach los santos stürzen aber vielleicht sogar mal ein stündchen das hat an der tür geklingelt nerv fahrrad gut ich habe so st Hey, das ist so geil. Oh, es gibt Bock mehr drauf, oder was? Das ist aber scheiße, die 20 Minuten zu zocken. Hey. Hey. Dann kommst du nicht mehr GTA. Ich hab die Zeit, was da mal getoppt. Hey, getoppt. Was kommen Sie denn? Ja, ich bin der Fall. Das habe ich gerade ankommen. Ich hab gerade ein bisschen Druck aus. Hey, ey. Oh, wie scheiße. Das Spiel auch. Ich bin stehen. Ja, nein. Hey, es geht hier an. Ja, das ist geil. Warum geht es hier an? Was ist das Gletschen? Ich bin der Fall. Hey, Mann. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ich hab voll viel ausgegeben. Ich weiß noch ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr. Ich hab das in viermal gefallen. Ich hab das in viermal gefallen. Was willst du holen? Ich bin nicht so, aber ich kann auch auch gehen. Hey! Hey, mal! Hey! 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 Oh, was thatent? Hey! Vielen Dank.